Astrid Klaudke Nowak organisiert die Familie. Sohn Toni muss zum Fußball. Ihr Mann soll ihn hinbringen und einkaufen gehen. Das Problem, sie weiß nicht, ob ihr Mann das Geld tatsächlich für Einkäufe ausgibt. Vor zwei Tagen hat er von ihrem Konto 350 Euro abgehoben und in der Spielhalle verzockt. Man ist einfach nur noch wütend, sauer, traurig, alles auf einmal. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, liebe ich ihn überhaupt noch und will ich das wirklich mitmachen oder halte ich das aus? Wofür? Er macht es ja doch wieder. Tim Klaudke ist spielsüchtig. Einer von etwa einer halben Million Menschen in Deutschland, die vom Glücksspiel abhängig sind. Ihre gefährlichste Droge? Der Automat. Er ist seit drei Jahren arbeitslos und hat seiner Frau immer wieder Geld gestohlen, um es am Automaten zu verzocken. Eine Maschine ist für ihn offenbar wichtiger als seine eigene Frau. So wie alle Spieler kann er sich noch an sein erstes Mal erinnern. Da war er 16. Wir haben Billard gespielt und hinter dem Billardautomaten an der Seite hing so ein Spielautomat und der hat immer nette Musik gespielt. Und ich habe dagegen gelehnt. Und irgendwann habe ich da Geld reingesteckt. 5 D-Mark reingesteckt. Und ohne zu wissen, wie das Ding eigentlich funktioniert, wurden dann aufgrund von Freispielen und so, hat sich das erhöht, waren das dann 85 Mark. Und die habe ich dann rausgenommen und mitgenommen. Dieses Glücksgefühl will er immer wieder haben. Seit mittlerweile 22 Jahren. Es lässt mich alles drumherum vergessen. Und es zählt nur dieser Glücksmoment quasi, wo ich dann sehe, dass da ja was passiert. Es juckt Ihnen in den Fingern? Natürlich. Vor drei Wochen erst hat sie ihn geheiratet. Für die beiden Söhne aus erster Ehe sollte er die Vaterrolle übernehmen. Vor wenigen Wochen kam die gemeinsame Tochter Serafina zur Welt. Dass das so akut ist mit seiner Spielsucht, das wusste ich nicht. Das war mir gar nicht so bewusst. Vielleicht habe ich das mir selber auch immer so ein bisschen schön geredet oder schön gedacht, dass ich gesagt habe, naja gut, er hat es ja besser im Griff. Und es ist ja nicht mehr so schlimm. Er macht es ja kaum noch. Ich weiß auch nicht, ob sich das überhaupt, oder wie schnell sich das wieder beruhigt. Ich habe ihm jetzt gesagt, wenn er nichts ändert, dann werde ich mich auch von ihm trennen. Tim Klautke will raus aus der Sucht. Er lässt sich mit der Kamera begleiten, weil er hofft, dann nicht mehr rückfällig zu werden. Sein Problem, Spielautomaten gibt es an jeder Ecke. In Spielhallen, Gaststätten und im staatlichen Spielcasino. Vor allem die Spielhallen werden immer mehr. Vor sechs Jahren gab es bundesweit 10.000 Konzessionen. Jetzt sind es 15.000. Das ist einfach so ein Sog, da reinzugehen. Und dann denkt man halt wirklich am Anfang, naja gut, 20 Euro kannst du ja verspielen, das ist nicht ganz so schlimm. Aber dabei bleibt es halt nicht. Und dann wird es mehr und mehr und mehr und mehr. Bis es dann weg ist. Auch für diese Familie beginnt der Tag mit Geldsorgen. Der Mann arbeitet als Platzwart auf einem Campingplatz. Halbtags. Doch seine Frau kann nie sicher sein, dass er den Lohn auch nach Hause bringt. Tschüss, bis heute Mittag. Hast du deine Schlüssel alle? Ja, ich bin schon. Immer wieder verzockt Oliver Zunk das Geld in der Spielhalle. Dann muss sie ihn durchbringen. Und das mit 323 Euro Sozialhilfe und dem Kindergeld. Wissen tue ich es erst, wenn er um eins nicht nach Hause kommt zum Mittag, weil da hat er dann Schluss. Und dann wüsste ich, dass er halt wieder spielen geht. Und die Sorgen sind eigentlich immer da. Sechs Jahre ist sie jetzt mit ihm zusammen. Sie kennt mittlerweile die Symptome der Krankheit Spielsucht. Er ist nicht mehr so locker drauf. Er lacht weniger, ist angespannter. Ja, und ist öfters weg. Sonst weiß man, wenn er gearbeitet hat, dann ist er auch nach Hause gekommen. Jetzt ist es halt so, dass er dann die letzte Zeit später gekommen ist. Ja, zur Zeit ist wieder ein bisschen schlimmer die Phase. Selbst die Mittagspause ist für ihn riskant. Ich nehme mal einen Döner mit Knoblauchsoße, bitte. Begonnen hat seine Spielsucht nach der Wende. Er kam als gelernter Tischler aus der DDR. Gleich beim ersten Spiel am Automaten gewann er 450 D-Mark. Ja, man lebt in einer Traumwelt einfach. Das ist eine Traumwelt, das ist nicht die Realität. Man malt sich die größten Gewinne aus. Wen kann ich, was kann ich mir alles kaufen, wen kann ich beschenken, wenn ich den großen Gewinn habe. Und das ist ein Punkt, der einen betreibt. Und umso weniger Geld man hat, umso eher neigt man, denke ich, dazu. Oliver Zunk will für seinen fünfjährigen Sohn Antoine eigentlich ein guter Vater sein. Und Vorbild. Lass mal den Helm aufsetzen. Alles gut? Ja, der Daumen ist runter. Doch genau diesen Vorsatz hat er einen Tag vorher gebrochen. Seine Frau und er hatten 250 Euro gespart. Einmal ihrem Sohn ein großes Geschenk kaufen. Doch das Geld hat er heimlich genommen und in den Automaten gesteckt. Das Erste, was hochkommt, ist wütend. Wieder nicht da, wieder weg. Und der Junge war traurig. Er denkt man, man hat irgendwo immer noch das Gefühl, vielleicht musste er woanders hin. Man holt das dann immer noch raus und wie so eine Art Decken. Er macht es ja nicht. Immer die Hoffnung zu haben, er geht nicht. Und dann wurde es immer länger, der Zeitraum. Und dann weiß man eigentlich, wenn es in die Stunden geht, dann weiß man, dass das Spielen war. Ja, dann hofft man dann immer stundenweise, naja, vielleicht ist er zum Kaffee wieder da. Vielleicht ist er zum Abendbrot wieder da. Wenn er bis zum Abendbrot nicht da war, dann denken wir, ja Mensch, hoffentlich kommt er noch und bis Antoine ins Bett geht. Und irgendwann sagt man sich, naja, wenn er kommt, dann kommt er. Allein in dieser Spielothek hat er tausende Euro verspielt. Wie man mannt das mich halt. Das treibt mich dann. Das schluss dann da hin. Und vielleicht gewinnt man was. Obwohl man eigentlich weiß, dass man alles verliert. Ich bin enttäuscht von mir selber. Mal irgendwelche Ausflüchte finden, warum ich weg bin oder nicht mal so, warum ich nicht da bin. Es geht auch ins Selbstbewusstsein und der Charakter. Naja. Es gibt Menschen, die von den Spielern profitieren. Gundolf Aupke betreibt in Hamburg zwei Spielhallen. In seiner Branche redet man nicht gern vor Fernsehkameras. Auch er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Er sieht sich als ganz normalen Unternehmer. Und das Spiel in seiner Halle betrachtet er als harmloses Freizeitvergnügen. Guten Morgen, Marianna. Guten Morgen. Na, alles gut? Ja, alles gut. Gibt's mir was Schichtübergabebuch? Elf Festangestellte und drei Aushilfen beschäftigt er. Sie alle leben von den Erträgen seiner 36 Automaten. Wir werden wieder durch das gute Wetter bestraft. Im Übergabebuch notiert die Mitarbeiterin, ob zum Beispiel jemand randaliert hat. Die letzte Nacht war ruhig. Seine beiden Spielhallen haben fast rund um die Uhr geöffnet. Und? Wird er davon reich? Ich kann davon leben, obwohl es in Hamburg natürlich schwierig geworden ist. Und ich sage halt einfach immer, ich habe einen Partner in meinem Geschäft und das ist die Stadt Hamburg. Wie meinen Sie das, ein Partner? Die Stadt Hamburg vereinnahmt von meinen Einnahmen vorab, bevor ich meine Kosten bezahle, über 40 Prozent. Mit der Spielvergnügungssteuer und mit der Umsatzsteuer. Die Spielvergnügungssteuer fließt direkt an die Kommunen und ist für viele Kämmerer eine willkommene Einnahmequelle. Auf der einen Seite kassiert der Staat fleißig mit, auf der anderen Seite versucht er, mit teuren Kampagnen das Glücksspiel zu bekämpfen. Und das ist das Herz des Gerätes. Und dieses Teil können Sie nicht beeinflussen? Nein. Letztendlich, man kann das so rausnehmen, das ist ein Bauteil, versiegelt. So, und das entscheidet über Glück oder Unglück? Das entscheidet über Glück. Unglück gibt es hier nicht. Wie viel Geld schluckt der Automat in einer Stunde? Der Autor im Selbstversuch. Zum Schnell. Für den Ungeübten ist Spielen harte Arbeit. Die Bilderflut überfordert das Gehirn. Ständig fühlt man sich animiert, Geld nachzuschmeißen. So, jetzt ist der Geldsprecher leer. Ich habe jetzt nach 40 Minuten 80 Euro verdattelt. Bei 80 Euro ist das Limit erreicht. Zwangspause. Gibt sich nichts. Hier, Spielerpause. 18 Minuten. Erst wenn die Zwangspause rum ist, also in 18 Minuten, kann man hier weiterspielen. So will es das Gesetz. Niemand soll mehr als 80 Euro in der Stunde verlieren. Diese Sperre umgehen Spielsüchtige einfach, indem sie an mehreren Automaten gleichzeitig spielen. Verboten ist das nicht. Wie geht der Unternehmer damit um, dass ein Teil seiner Umsätze womöglich von Spielsüchtigen stammt? Also wenn ich das erkenne oder wenn ich in der Lage das so erkennen kann oder mein Personal das erkennt, würde ich das nicht zulassen, sondern würde ihn dann halt einfach auch letztendlich auffordern, dass er sich irgendwo Hilfe sucht. Denn das Geld will ich nicht haben. Der Erzieher Tim Klautke ist arbeitslos, seit ihm sein Chef wegen Untreue gekündigt hat. Er will uns erzählen, wie es dazu kam. Drei Jahre ist es her. Damals kam er gerade von der Arbeit. In meinem Kopf ging einfach nur vor, ich habe jetzt Schluss und Feierabend und da einfach den Stress vergessen und ein bisschen Kaffee trinken und ein bisschen spielen nebenbei und einfach ein bisschen Ruhe haben zum Abschalten. Im Handschuhfach 1200 Euro von seiner Firma. Damit sollte er für sein Büro Möbel kaufen. Seine Stammspilothek betrat er zunächst mit eigenem Geld. 150 Euro. Ja, irgendwann waren die 150 Euro weg. Und dann war so ein Gedankengang. Ach, eigentlich könntest du nochmal 50 Euro investieren. Das sah ja ganz gut aus. Das könnte was werden. Dann folgte der Weg zum Auto, zum Handschuhfach. 50 Euro rausgeholt, drinnen wieder umgetauscht, in den Automaten geschmeckt, verspielt. Und so ging das dann eigentlich die ganze Nacht. Er spielt an bis zu acht Automaten gleichzeitig. Als der Morgen dämmert, hat er die 1200 Euro verzockt. Irgendwann muss Ihnen doch der Gedanke gekommen sein, Moment mal, das ist aber gar nicht mein Geld. Ja, ist er auch. Mit dem Unterschied, dass zu dem Gedanken, Moment mal, das ist nicht mein Geld, dann auch noch kam, wie, ich besorge mir nochmal neues Geld und gewinne dann einfach. In den nächsten beiden Nächten holt sich Tim Klaudke nochmal 1800 Euro vom Firmenkonto und füttert die Automaten. In so einer Situation, behaupten Spielhallenbetreiber, greife die Aufsicht ein, um die Spieler zu stoppen. Die Spielhallen-Aufsicht hatte mit ihrem Chef telefoniert, warum, weiß ich nicht. Und irgendwie muss es zur Sprache gekommen sein, dass ich die ganze Zeit ja schon oder längere Zeit da sitze und spiele, Stunden sozusagen. Und kam dann eben zu mir und fragte mich oder bot mir an, ich könnte mir ja eine Pizza aussuchen und sie würde mir bestellen, eben auf Kosten des Hauses. Über vier Milliarden Euro landen jedes Jahr in den Automaten. Doch die Branche brüstet sich damit, dass es in ihren Hallen kaum Spielsüchtige gibt. Und wenn doch, das Personal sei dazu angehalten, krankhafte Zocker an Suchthilfeeinrichtungen zu vermitteln. Damit dieses Selbstbild auch nach außen dringt, leistet sich die Automatenwirtschaft einen eigenen Lobbyisten. Seine Spur findet man im Internet. Seine Methode? Er zeigt sich bei Parteitagen. An einem Stand seines Verbandes, für den die Parteien eine Miete kassieren. Dort bringt er den Politikern die Sichtweise seines Verbandes näher. Wir haben gesagt, ein Unternehmer hat eine unternehmerische Verantwortung. Und die heißt in diesem Falle auch, einen problematischen Spiegelgast auf sein Verhalten aufmerksam zu machen. Denn es ist sowohl für die Aufsicht als auch für den Unternehmer das bessere Gefühl, abends nach Hause gegangen zu sein und jemanden auf etwas aufmerksam gemacht zu haben und eine Hilfestellung anzubieten, als mit schlechtem Gewissen die Tür abzuschließen. Ne. Habe ich noch nie erlebt. Niemals. Ich bin seit 1989 dabei beim Glücksspiel und das habe ich noch nie erlebt, dass die Hallenbesitzer irgendjemanden, weil er ein Suchtproblem hat, vor die Tür gesetzt hat. Davon leben die. Die leben nicht von den ein, zwei Inseln oder Leuten, die da kommen und ihre 20 Euro mal da lassen im Monat. Davon können die nicht leben. Die leben von Unsüchtigen, die die Hunderte oder Tausende da lassen im Monat. Er hat es selbst erlebt. Um seine Sucht zu finanzieren, musste er Schulden machen. 80.000 Euro. Jetzt ist er pleite. Die Familie lebt am Existenzminimum. Dabei wollte er für seinen Sohn ein Vorbild sein. Das ist einfach nur meine Qual, wer ich geworden bin. Und manchmal denke ich auch, mein Junge sieht das so, wie ich mich jetzt im Spiegel sehe. Pa, kann ich noch mal ganz hochgehen und mir was zu knabbern holen? Ich brauche dringend mal Pause. Mach das. ja wo bleibt die familie die ist nicht da die ist denn ich dem moment ist sie wird sie so weit weg ich schon mal es ist nicht gibt dies erst wieder da wenn ich aus der halle komme verloren habe am boden zerstört bin dann fällt das wie ein vorhang und dann kommt die realität mit einmal zurück ja und das ist natürlich der auslöser für selbst vorwürfe wieder und das ist die spirale das geht eine weile ein paar tage und das zieht mich emotional wieder in die depression und dann um wieder rauszukommen um positives gefühl zu haben geht man wieder spielen das ist ein kreislauf und die abstände die werden immer kürzer was in ihrem mann vorgeht kann sie nur ahnen denn vor ihr verschließt er sich nur noch den automaten lässt er an sich heran wenn er dann erzählt dass er dahin geht um ein gutes gefühl zu kriegen dann denkt man natürlich dann guckt man auch bei sich warum geht er dahin warum redet er nicht mit mir reden nicht darüber dass ich der falsche ansprechpartner bin in letzter zeit pumpt er sie häufig an fürs tanken wie er sah das ständige sorge wie man über monat kommt und fragte ein wieder ich weiß manchmal nicht wie es alles machen soll ich weiß nicht woher ich die kampf nehmen liebe vier wochen später eigentlich hatte sich dem klautke geschworen nie wieder in eine spielhalle zu gehen den vorsatz hat er gebrochen wieder hat er haushaltsgeld entwendet und in die automaten gesteckt warum habe ich das eigentlich getan also warum habe ich da jetzt bin ich da jetzt spielen gegangen wieso obwohl ich weiß dass das alles gefährdet und dann kommen halt diese ganzen selbstzweifel und und dieses ich will das eigentlich gar nicht und ich will ja damit aufhören seit er arbeitslos ist lebt die familie von harz 4 und von gelegentlichen zuwendungen seiner eltern auch die hat er immer wieder angebettelt wenn es darum geht geld für seine sucht zu organisieren kennt er kaum eine grenze ich meine bevor du an das geld deiner kinder gehst und das klaust oder aus dem spartopf dann gehe ich doch lieber nicht spielhalle und mach da schulden ganz ehrlich warum machst du das willst du irgendwie unter ich meine ich will ja nicht unterstellen dass du bewusst das machst aber im unterbewusstsein irgendwie uns systematisch kaputt machen oder was soll das natürlich nicht ja aber das machst du ja das weiß ich deswegen will ich ja auch gar nicht mehr spielen ja das sagst du schon lange ja aber den entschluss das wirklich zu ändern und so massiv jetzt was dagegen zu tun war noch nie wirklich da bis jetzt abgesehen davon haben wir geheiratet und das kind ist da und das ist ja auch jetzt ist richtig schlimm ist toll passt super zusammen ja aber es ist auch gleichzeitig begrüßen wir für dich der beste motivation ist ja schön das ist dein spiel du spielst mit mir du spielst nicht nur mit den automaten das ist genau das was ich meine du spielst du mich also als angehöriger ist es nach meiner sicht sogar noch schlimmer als wenn man als spieler selbst betroffen ist mit dieser sucht weil er lebt in seiner welt und er weiß ja was er tut er weiß ja dass er spielen war er ist ja aktiv dabei ich bin passive rolle gerade das ist ja so schlimm und macht mich ja total hilflos diese ganzen gedanken machen einen echt kaputt fertig und man will einfach nur noch dass es aufhört sie kümmert sich schon um alles im haushalt da ist sie froh dass er ihr das einkaufen abnimmt eigentlich alles so bis 50 euro geht aber so ab 50 euro wird so kribbelig da werde ich dann denke ich so nah kommt das auch alles wieder zurück was zurückkommen soll oder zeigt er mir dann was er bringt ja auch immer nur eine quittung mit wenn es ihm gerade passt typisch für spielsüchtige hobbys hat er keine mehr freunde auch nicht abschalten kann er nur noch am automaten macht er den eigentlich für seine spielsucht verantwortlich auf der einen seite ja auf der anderen seite nein warum also letztendlich bin ich ja selber für das verantwortlich was ich mache und welchen teil der verantwortung gibt er dem automaten dass es ihn überhaupt gibt also dass menschen ihn überhaupt erfunden haben eine spielautomatenfabrik im westfälischen espelkamp hier werden sie gebaut die automaten die firma gauselmann ist marktführer in deutschland beschäftigt 6000 mitarbeiter und betreibt 400 eigene spielotheken in ganz europa geschäftsvolumen 1,5 milliarden euro pro jahr und das alles hat er aufgebaut paul gauselmann mit seinen spielautomaten brachte es der gelernte fernmeldetechniker zum mehrfachen millionär vom damaligen bundespräsidenten johannes rau bekam er sogar das bundesverdienstkreuz erster klasse verliehen ich bin sehr zufrieden dass unsere region so viele arbeitsplätze zur verfügung stellen kann das sage ich ganz nützlich sehr wichtige heutigen zeit und dass die leute wissen es gibt auch eine andere weite dieses berufs nämlich hier produkte zu schaffen die jedem spaß machen die in die welt hinausgehen und dann weit über 20 millionen geräte in den ganzen jahren gebaut damit seine automaten mehr geld einspielen als die der konkurrenz hat er eine eigene entwicklungsabteilung mit 600 mitarbeitern sie sorgen dafür dass seine automaten die spieler möglichst lange fesseln und dazu bringen möglichst viel geld auszugeben für mich ist ein automat einfach neutral der tut das was wir rein programmieren und wenn wir was falsch programmieren sind wir böse machen was gutes rein sind wir gut spannend genug sein wird es nicht spannend wäre für die fünf million menschen nicht in unsere spielstädten reinkommen die kommen weil sie spaß dran haben sein familienimperium gründet er 1957 als aufsteller von musikboxen doch schnell erkennt er im glücksspiel steckt viel mehr geld mit seinem ersten selbst entwickelten spielautomaten kommt der durchbruch dem merkur b das sind alles noch mechanische elektromechanische zählenwerke heute ist alles elektronisch dies war mein erstes gerät wie gesagt elektromechanisch noch auf dieses alles elektromechanisch mit motorantrieb und 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 die spieler haben gespielt wie folgt auf anhieb hat dieser automat eine doppelte frequenz gehabt als die beiden geräte der konkurrenz die damals haben seine automaten werden immer schneller und dadurch für die spieler immer riskanter ein spiel dauert nur noch zweieinhalb sekunden sucht forscher warnen dass so keine zeit mehr zum nachdenken bleibt mit politikern ist er auf tuch fühlung innerhalb von 20 jahren spendeten er und seine leitenden angestellten geld an die großen parteien eine million euro gleichzeitig wurden die gesetzlichen regelungen für das glücksspiel am automaten gelockert der unternehmer bestreitet dass es da einen zusammenhang gibt wie geht er damit um dass ein teil seines wohlstands von leuten kommt die spielsüchtig sind geben sie mir einen rat wie ich das abschaffen kann beim betrieb möchte ich nicht aufgeht das ist ja die eine alternativ wenn wir 95 98 99 prozent der menschen enttäuschen die keinen spaß mehr haben und diese diese kleine prozentsatz der effektiv übertreibt was wie kriegt man das wie kann man das ändern es gibt immer menschen die ihr eigenes ich nicht in der kontrolle haben es ist eine frage des willens und ich weiß dass manche menschen das nicht schaffen so nach willen stark zu sein aber das kann man uns nicht anlassen wir nutzen das doch nicht aus tim klautke lebt mittlerweile in einem wohnwagen seine frau hatte entdeckt dass er aus der spardose ihres ältesten sohnes 40 euro genommen hat da musste er gehen das hat er mit mir ja oft gemacht also es ist ja schon öfter vorgekommen dass dann auf einmal 50 euro portemonnaie fehlten bei mir aber dass er das jetzt auch bei meinen kindern macht und bei unseren kindern macht das da ist so eine grenze erreicht dann ist die bombe geplatzt habe ich gesagt also so geht das nicht mehr ich muss die kinder schützen ich will das auch so nicht mehr das ist einfach zu viel meine nerven liegen blank guck dass du hier erstmal ausziehst oder irgendwo anders hingehst sie braucht abstand und er soll in eine therapie als letzte chance das wird auch irgendwann gut dachte ich immer also und mir war auch schon immer klar dass diese spielsucht eine krankheit ist dass das bestimmt auch aufhören wird oder dass er den willen hat weil er hat ja immer gesagt er will das nicht mehr er möchte mich nicht verlieren und es sah wirklich ja auch eine zeit lang so aus so und er hat sich natürlich schon so ein bisschen vertrauen hin und wieder mal wieder aufgebaut was natürlich jetzt im moment alles über den haufen geworfen ist kontakt zu seinen kindern hat er in dieser zeit nicht wenn ich die gefühle zulassen würde und die traurigkeit zulassen würde und das was ich eigentlich alles kaputt gemacht habe dann ist das richtig dann bin ich sozusagen am ende ja jetzt endlich will er eine therapie beginnen seine erste anlaufstelle eine sucht ambulanz zur überbrückung so lange bis er eine langzeittherapie bekommt der psychologe will mit ihm zunächst klären was ihn in die spielhalle zieht heute ist das er oder in den letzten jahren abschalten nichts anderes denken keine probleme haben ruhe haben ich muss mich mit keinem unterhalten ich kann meinen kaffee trinken ich kann eine zigarette rauchen ich schmeiß da geld rein an dieser dusselige automat macht was aber macht nix und ich gucke mir bilder an und denke aber in dem moment über nichts anderes nach als über das spiel der therapeut kennt das 80 prozent seiner spielsüchtigen patienten spielen am automaten für johannes tiermann gibt es einen klaren zusammenhang je mehr ein suchtmittel verfügbar ist umso mehr leute werden süchtig mehr automaten heißt mehr spielsüchtige besser in anführungszeichen besser hochgerüstete automaten heißt mehr spielsüchtige kürzere sperrzeiten heißt mehr spielsüchtige weniger abstand zu schulen oder der halten untereinander heißt mehr spielsüchtige automaten nicht nur in spielhallen sondern auch in kneipen und imbissen fördert die entstehung von spielsucht das vor allem sein von automaten gibt wahrscheinlich linearen zusammenhang zu der anzahl der spielsüchtigen die forderung vieler suchtexperten die zahl der automaten in gaststätten und spielhallen begrenzen außerdem längere schließzeiten das würde allerdings nur für gewerbliche betriebe gelten nicht aber für die staatlichen spielcasinos denn in den 73 staatlich lizenzierten casinos steht der spielerschutz bereits im mittelpunkt so die eigenwerbung noch ein selbstversuch hier gibt es eine ausweiskontrolle wer unter 18 ist oder wer sich hat sperren lassen kommt gar nicht erst rein für die bundesländer sind die 8000 automaten in den casinos eine wahre goldgrube rund 400 millionen euro werfen sie jedes jahr ab mehr als poker blackjack und das klassische roulette und etwa 80 prozent der erlöse wandern direkt in die steuerkassen im gegensatz zu den gewerblichen spielhallen kann man hier nur mit scheinen bezahlen in den gewerblichen spielhallen ist der verlust begrenzt auf 80 euro pro stunde und hier wie viel er einsetzt an welchen automaten er spielt das bestimmt der der gast selber das heißt man kann in einer stunde 1000 euro verspielen sicher das ist wie im klassischen spiel auch ist es gibt es nach oben gibt es keine begrenzung das ist so nicht vorgesehen es gibt kein limit also können sich spieler hier problemlos um haus und hof spielen das ist grundsätzlich ist das nicht zu verhindern dabei steht in der eigenen werbung hier steht der spielerschutz im zentrum laut einer studie der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung hat in staatlichen casinos jeder zehnte automatenspieler ein suchtproblem bei der privaten konkurrenz ist es jeder zwölfte oliver zunk will wegkommen von der sucht drei therapien hat er hinter sich sie haben alle nichts genutzt ich bin so in zwei persönlichkeiten so wie jackal und hide und der der eine ist der liebe und der andere naja das ist mein dämon der ist nicht ohne er sucht den weg aber er hat ihn noch nicht gefunden den richtigen sucht den weg und soweit ich das kann werde ich ihn auch dabei unterstützen ich werde immer zu ihm stehen weil bei mir ist die hoffnung noch nicht erloschen und liebe ist da noch ganz viel am nächsten morgen geht sie zu seiner stammspilothek ihr mann möchte sich dort sperren lassen er will gar nicht erst in versuchung kommen und hat ihr eine vollmacht und einen brief mitgegeben sehr geehrte damen und herren ich oliver zunk bitte sie mir in ihrer spielhalle hausverbot zu erteilen leider habe ich das spiel nicht mehr im griff und bin dabei meine ganze existenz zu zerstören da das spielen bei mir krankhaft ist bitte ich sie mir dies zu ermöglichen vielen dank für ihre mühe und ihr verständnis wie die spielhallenaufsicht reagieren wird weiß sie nicht verpflichtet sind die betreiber zu nichts und die sperre gilt auch nur für diese eine spielothek sie will mir helfen ja die waren sehr sie war sehr nett das paradoxe daran finde ich ist sie hat 20 jahre selber suchtkranke betreut und arbeitet in der spielhalle das kann ich nicht verstehen zwei wochen nach seinem auszug ist dem klaut gewieder bei seiner frau zu ihren bedingungen er besucht eine selbsthilfe gruppe und hat eine therapie in einer suchtklinik beantragt erst jetzt nachdem er sie drei jahre lang immer wieder hintergangen hat ich dachte ja was hat sich dachte ich habe gehofft einfach dass das hilft wenn jemand wie ich in seinem leben ist liebt und ein bisschen kraft gibt und rückhalt gibt so dass das hilft und hilft es ich habe leider erkennen müssen dass ich es nicht ändern kann nein also ich in meiner rolle bin da eher so passiv dass da kann da muss er selber durch das habe ich für mich erkannt ja die suchtklinik einen monat später tim klautke beginnt eine 15 wöchige therapie die heilungschancen über die hälfte der patienten schafft den ausstieg das system versucht ja das so ein bisschen zu vermitteln gehe jetzt spielen und wenn sie aber dann in der situation sagen okay das hält eine bestimmte zeit an ich muss das jetzt erstmal aushalten wäre das eine möglichkeit die erfahrung zu machen okay der suchtdruck kommt aber der geht auch wieder das heißt es ist keine zwangsläufigkeit zu spielen auch wenn sich das in der situation ganz anders anfühlt ich bin schlauer als die anderen der patient wird auch auf einen möglichen rückfall vorbereitet ich glaube es ist wichtig ihm zu vermitteln dass das ein stück weit zu einer sucht dazugehört und immer auch sich strategien zu überlegen was mache ich in einer solchen situation wenn ich dann doch wieder spielen gehe wie gehe ich damit um wie verhalte ich mich gegenüber meiner familie meinem sozialen umfeld mache ich das öffentlich schließe ich auch sämtliche hintertürchen die vielleicht für mich so ein aspekt haben okay ich könnte noch mal spielen gehen also ich schreibe mal partnerschaft in der klinik gelten strenge regeln drei wochen ausgangssperre also ich glaube dass die chancen bei gut 90 über 90 prozent liegen das hinzukriegen spielfrei nach der therapie und nach den wochen durchs leben gehen zu können welche chancen geben sie ihrer beziehung das schon schwieriger ich gebe ihr natürlich noch eine chance von meiner seite die frage ist wie das von einer partnerseite aussieht und ob das was in den letzten jahren kaputt gegangen ist nicht zu viel gewesen ist wenn das nicht besser wird oder beziehungsweise nicht nicht kontinuierlich nachher wirklich auch sichtbar eine besserung eintritt und dann wäre ich auch einverstanden wenn er ausziehen würde also soweit bin ich mittlerweile schon wenn er die chance dieser therapie nicht nutzt hat er tatsächlich alles verspielt einen monat ist es her dass sich oliver zunk in seiner spielhalle hat sperren lassen er ist zwar zwar kaputt aber lockerer in dem sinne dass er kaputt ist von der arbeit noch nicht so von 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 dem zwang spielen zu gehen in ihrem ganz tiefsten innern glauben sie ihm dass er im moment nicht spielt ja doch jemand spielt wieder in einer spielhalle im nachbarort dort ist er nicht gesperrt ihre frau weiß davon nichts habe ich ihr nicht gesagt nein warum nicht ich denke dass irgendwann das maus voll ist und die konsequenzen kann ich nicht abschätzen die denn daraus entstehen was befürchten sie denn war dass die beziehung auseinander geht dass sie sich trennen wird von mir doch seine frau fährt mit ihm zu seiner neuen spielhalle und sorgt dafür dass er sich auch hier sperren lässt das problem im umkreis von 50 kilometern gibt es dutzende weiterer spielhallen und so wie es aussieht würden sie sein geld nehmen ohne groß nachzufragen die öffentlichen haushalte kassieren mit über die vergnügungs- und umsatzsteuer ein milliardengeschäft von dem alle profitieren nur nicht die süchtigen und ihre familien